Platz und der Lichtmuster langsam Maschinengewehr wenn ich einfach so unvorbereitet die Albuhrer der Pistole jetzt ihren Krieg anfangen klar muss ich will die Welterschaft an sich reißen mit einem Mann mit einer Pistole nein mit einem Messer das heißt es sei es ist einfach weggefahren und hat das Geld er hat das ist nicht so oft sagt einfach nur es wird damit weiß jeder was sie meint einerseits schätzt wie sich sein Chinesisch seit langem so ich hab schon mal fünf Sterne die Lüge sich nicht mehr nicht so hat sich und zwar so wichtig ist es nicht macht er ein bisschen muss sagen ja dass ich dich noch abholen er soll sich in der Schilderberg und die 5 Sterne weg gleiche eine Form bevor ich mir anders überlegen das ist was sie und die Städte scheiß drauf ob da hat mich überhaupt Pistole Achtung die Hotstände Alter ist gut, jetzt lass mich da einfach mal hier rausfahren Ich war kurz der Mikrofonstunde, ich muss mal wussten Keucher Scheiß auch aus, hier soll der echt aufhören Dach mal was an Alles Gute kommt von hinten Ne, das heißt von oben Von hinten oben, weißt du Von unten Hat den voll im Bock geschossen Nein, der hat den wussert Alter Sirene, wir wollen hier mal in Ruhe Wir wollen jetzt in Ruhe 6 Sterne Verfolgungswerk machen Du kannst es in Notsituationen helfen Tut der eh nicht, aber egal Du hast ja doch einen Panzer Bin ich zuerst Boah Wenn man sich immer die Wege verpasst Dann kannst du es so lassen Boah Das sind ruhig Ich hab alles unter Kontrolle Ich hab nichts unter Kontrolle Also mir wird das ein bisschen Ich helfe euch Nein Nein, gut, das war ich halt allein zum Tank Gehen Mensch, das ist meiner Und wie wüsste ich den Panzer eingestiegen Das war so dumm Das war so dumm Das war so dumm Ich hab die Sirene Die Sirene, die Menschen nicht von mir erwarten, als ich die jetzt mitnehme Ich hab das zu tun Es direkt zu allem, was zu tun ist Was denn Oh, ich bin da genau dahinter Ramin Töntlich war der falsche Typ Ich fahre hier ganz schön mit meinem Motorrad lang Ich fahre hier ganz schön mit meinem Motorrad lang Hinter mir sind sie irgendwie so zwei hier treiben Wagen eher Ich hab das geklärt auf 1 Stern, aber die kurzen Ja komm, komm mal kurz für den Sterne los Was bis denn komm? Ich bin da gerade dabei Aber ich hab keinen Bock Deswegen fahre ich auch wieder zurück Komm einfach zu mir, ich helfe dir Ich kronk, kronk Ich hab richtige Hardware Ist die Bananen auch mit HD ready? Ich kauf wieder Edeka Ich kauf wieder Edeka Ich komm in meine Richtung Alter, ich schaff ich Ich krieg hier mal kurz mit dem Serano 5 Sterne weg Was? Ich hab beide Kopf ausgescheitert und trotzdem nur ein Stern Ich hab beide Kopf ausgescheitert und trotzdem nur ein Stern Nein, da sitzt gerade keiner her Auch hinter mir Hinter mir muggt einer auf Schwager ist Was? Rex, nächstes Mal baller ich dich ab Das glaub ich dir Das glaub ich dir auch's wohl Warte noch den Aufnahmenehmer ab, ey Was? Schnell ran ins Haus Hier kriegst du mich eh nicht mehr Rex Ich weiß, ich muss so auch wieder stehen Ich hatte, ich hätte perfekte Schussbahn auf dich Ich hab extra widerstanden und muss nicht noch schlimmer zu machen Nicht, dass es immer wieder so wird Entschuldigung wegen der kurzen Unterbrechung Meine Motto war kurz ein bisschen lang Das kann immer passieren Ich hab eine ganz grandiosse Idee Darf nicht passieren, du Diese Idee ist zwar total lebensmüde Du willst von einem Hochhaus springen und das zweimal? Ich mach besser Ich spring für drei Hochhäuser und mach das dreimal Nein, das war jetzt gerade Witz 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 Das ist der Auto gegen eine Gasflasche und das ist 25 Mal Nachbesser Ich kletterte auch so ein Turm und ich kletterte auch so ich kletterte auch so auch ein bisschen später Und immer wenn du hochkommst es ist ein Baseballschläger und ich werde hier von 5 Minuten Leute abgewallert irgendwie so sechs Polizisten Heli und keine Schrift Da kommt es abbeisern Weißer, das ist einfach auch von mir richtig Ey Rex Kollege, ich brauch mal Hilfe Ich bin richtig durchgerast Ey, das sah geil aus Deine Autos fliegen so hoch explodieren und du fährst da so durch den Qualen Geiles Auto Das war eine scheiß Fahrt Scheiß Vincent Das Auto ist gut Ich mach Gott die Weißer geklaut Jemals tramm ich dich nur Dem Ding ist echt nicht zu Spaß Ich brauch Hilfe, hallo? Schon unterwegs Der Panzer fährt nun mal nicht mehr als 8 Ich hab's an Nein Aber noch komischerweise über Skype nachreicht Boah, er fährt einfach mal so kurz über die Mauer Achtung, ich schieße den Nusswagen ab Der ist eh leer Der mein Wagen Boah Oh nein, jetzt muss er nachladen Schlecht Lass den Nusswerk nicht auf Ja Ja, der hat ihn in 4 fallen gelassen, wie geil Ich hab gar keinen Stern What the fuck? So viel Irgendwann Mensch fällt auf mich runter Hehe Ne, nur, Reck, Reck, ne, deine Woah Hey Rex, bitte lass es Ja, ja Ich versuche damit den Heli zu treffen Ich versuche mal den Heli zu treffen Ich nur noch 4 Stück Das mach ich schon für dich Wartung, ich bin es Jaja Mann, wir können zu schlecht zielen Ich komme auch hoch Alter, hier wird es ein bisschen eng Warte, ich blockiere mal hier den auch Ich stelle mich einfach mit auf die Leiter Okay, ich komme hoch Und kurz bevor ich hochkletter, bleibe ich einfach stehen und gucke, was wird denn los Wollten was hier Aua Du, ich habe die M4 Ja, die liegt da rum von den Leuten, die hochrollen Schießt sie da runter Ey, mein Mutterklopf, ich bin mal ganz kurz weg Na, wer klopft denn da? Aha, ich bin die ganze Zeit getroffen, ey Ich werde auch immer getroffen, ey Mami Mach da weh, du Hauber Hast du eigentlich nichts anderes dabei? Oh, jeder da Nö Das war mein Bruder Mal guck, was wir den Leuten Ja, ja Abtum Feierter Hole Feierter Hole Hallo, Polis Ari hat das Ding ja noch dabei No, die können hier nicht hoch Wieso nicht? Weil ich hier blockiere Ey, rutsch mal die Leiter runter Ja, Mann, du warte, bis wir hochklettern Oder mach du das lieber, sieh die Zuschauer, oder? Nee, ich kann ja auch mit der Kamera da Ja, okay Es fällt so hoch Wir sehen uns gerade nicht, wir suchen uns Oh, scheiße Fuck, knapp Geh mal wieder ein bisschen nach hinten So, jetzt sehen sie mich, jetzt gleich Ich rutsch gerade runter Ey So, ganz alle Waffen aufgehoben Und wieder hoch Wir müssen jetzt so zu dem Nuss-Team sagen Ja Pass auf, wir kommen mit nach Schuttgarn Vor allem Schuttgarn, ne? Ja, jetzt kommt einer hoch Ey, wir haben schon wieder ein kleines Hit-Problem, du Jetzt wird der Kamera nach unten Ey, guck mal, der Kamera nach unten Da kommen welche Wo ist der? Ja, komm gleich welche Komm welche Ich seh's Okay, warte, ich geh jetzt runter Ja, oha, pass auf, pass auf Boah, jetzt bin ich auf den Leichen geladen, und ich hab keinen Lebenabzug bekommen Ein Polizist hat überlebt Die kommen jetzt alle wieder hoch Ich komm, ich komm auch nicht da drauf Das ist so geil Ja, und ich hier da oben, werd ignoriert, ne? Das ist doch die Hauptsache Was? Was? Ich hatte einen Stern Ach, der Patzer steht hier auch doch schön Kommen sie alle, warte ich Oh mein Gott, schon wieder Gesellschaft Lass mich da durch Mann, ihr Assis Ey Die knallt mich hier die ganze Zeit mit der Schriftflinte Der Heli ist auf den einen Boot hier gelandet Ey, wir kriegen Freunde Ich glaub's auch, ey Und tschüss Wenn ihr brauchst Ey, ich bin auf dich gelandet Und du bist... Also, ich bin auf dich gelandet Und du hast nichts angetan Da kommt grad so ein Nuss-TV hoch und René sagt so... Ähm... Ja... Nicht feuern Wir feiern Wegen den Tinnitus Der Police, guck mal hier runter, ihr geht grad voll die Action Ich mein Wagen abfeuern, du Alter, mein Serrano Oh, Rex da, Nuss Oh, Scheiße Ich hab grad verstanden, Nuss Nase Ich hab grad verstanden, hey Rex, Nuss Nuss »Nuss« »Nuss« Also, das was ihr »App!« »Hreirex, Nuss« Eine, ich muss mal ganz kurz weg »Nuss« 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 »Hresteig ist? »Hresteig ist?« »Nuss« 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 »Nuss die Gesang zu leben, ich glaub ich bin tot er weil ich habe seit fünf Minuten kommen er hat es noch das krieg ich doch hin das kriegen ja da kommt dann der nächste Heli ich bin eigentlich auch gläuchte Video hoch die Ecke ich werde gerade abgefeuert braucht Rückendeckung hier noch eine Rakete sein so gut von Hinten zu holen also holen weiter jetzt jetzt werde ich mal wenig so dass ich werde auch die Freude an der Raketen losgegangen er wird ich bin gestorben hat er hat sich da was drauf drauf also als ich bin gestorben er sagt es auch ja okay also jetzt wieder Spaß gemacht um das ist ja und den paar werden wahrscheinlich um sie reden hat keine freundin Prozent aber es ist mit dem Verlust der Wagen los der Handelschneider nicht um 40 Minuten wieder weiter das ist das hat hier sein auch von der Farbe und die Spezialfahrt was soll er ich sage ich bin und so schieß